willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ja leute heute im test ein kleines unboxing spaß ja heute ein kleines unboxing und ja was gibt's schönes vom büro wie germany habe ich mir was bestellt in seinem shop alles kratzartikel 7 karten und ein paar kalender zehn stück von 10 visitenkarten und zehn kalender die mir sehr gut gefallen haben habe ich schon mal das andere ausgemacht und ja wird es einfach mal so da haben wir jetzt auf jeden fall schon mal zehn kalender mit dem spruch dezember 2016 ein monat wie für pyrus nicht besser sein kann und ja so vom aussehen her sehr schön mit hier unten ein paar raketen sind es denn für welche weko glaub ich sind weko raketen unwichtig zehn stück am stück bestellt schneller versandt auf jeden fall ich kann euch den job nur empfehlen wer da mal ein paar kartzartikel haben will hier noch mal zehn schöne visitenkarten von ihm mit instagram youtube und gmail bei wir machen druck hat er das machen lassen sehr schöne website auf jeden fall und ja so wer so was gewinnen möchte könnt ihr euch natürlich auch karte sollen aber da werde ich natürlich ein paar an meine kollegen weitergeben und auch ein paar wird es beim gewinn spiel zu gewinnen geben aber das ist etwas unwichtiger also vom aussehen her wie gesagt gefallen mir die sehr gut alle beide hatte sich auf jeden fall was einfallen lassen respekt an dich oder besser gesagt auch groß an dich raus schaut auf jeden fall bei seinem kanal vorbei oder am besten auch noch bei seiner website ist wie gesagt auch oben ganz oben verlinkt und ja würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten video euer pyrofan078 ciao